hallo 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 da ist schon wieder so viel müssen wir auf die mission was ist das tretenflats ich will nach tretenflats haben wir schon länger nicht mehr ab zum bahnhof oh ja mit dem zog fahren oder was so titanen roboter fabrik oder das jetzt soll ich die meinen hier Ich hasse es, wie wenig Kugeln Ach, das war es schon. Ich dachte, hier kommt ein bisschen mehr Gegenwehr. Nö. Ich glaube, die wissen, wer wir sind. Wer ich bin? Habe ich Badass-Dinger? Ja. Hast du? Wieso denn jetzt schon wieder? Ich will auch gucken. Ich habe keine. Ach, du bist ja auch kein Badass. Wo steht denn, was habe ich denn? Ich habe 482 Badass-Punkte, ja? 511. Arschloch. Dieser Scheiß-Roboter-Bonus. Nein, ist doch falsch. Ich will, dass wir den benutzen. Der geht aber nicht nach Treppenflats, oder? Nee, nach Outland Canyon. Ja, da will ich nicht hin. Ich aber. Nein, wir müssen nach Treppenflats. Warum, du bist so ein Arsch! Tritonflats. Ja, ich mache das immer, wenn Abgrund ist. Wenn die Uhr tickt, springe ich. Damit ich kurz vom Boden rübergehe. Ich hasse dich dafür. Wir müssen nach Tritonflats. Das ist ein guter Kurs voller Möglichkeiten. Jetzt hör auf. Ich habe doch noch geguckt, habe ich da an. Nimm die Waffe weg. Bist du hier vom FBI, oder was? Dabei bin ich gar nicht schwarz. Ey. Wo bin ich? Mission. Das Aktionsoon. Hmmm.... Hahahaha! Was ist da? He he. wie viel hält der kleine hier aus und stein muss nachladen und stein wo sind die questinger weiß ich nicht das ist auf der karte markiert ja du musst das ja im ernst wo ist das kommt man noch eins höher irgendwo ja wir kommen doch noch hier hoch sei doch nicht immer so ungeduldig was bist du denn ich bin der peter was geht jetzt ab ach das ding wieder den scheibchen du musst mir kostet universale gelehrtete extra klasse deine rungen kräfte nein ich möchte das bist du selbst komponierte musik können um dies in großem rahmen zu tun werde ich einen satelliten in die umlaufbahn bringen dazu habe ich eine rakete gebaut fast hilf mir sie fertigzustellen und verzeihen meiner saga interesse um die rakete fertigzustellen benötige ich mehrere wichtige objekte und belohne dich fürstlich wenn du sie mir lieferst zunächst geh und versorge mir einen flussregler ich habe dir die position eines solchen geräts auf dein echo geschickt ein flussregler will helfen die energie der excelsior zu kontrollieren und verzeih die lauten nachbarn natürlich hätte ich das selber erledigen können schließlich bin ich ein berüchtigter schütze aber momentan verpasse ich meinen neuesten klang erkundungsprojekt den letzten schliff und bis zum start der satelliten muss ich fertig sein alles klar schatz können wir machen abgehört du hast spaß da unten ja ich hatte ein level up muss ich mal schnell verteilen da war denn hier drüben noch schönes wolf und du erhalten eine höhere maximale gesundheit können wir machen komm zu hüsch äh jaaaaaaaaaaaa gibt es hier auch sowas wie ein eingang? das würde ich auch gerne wissen ich war viel schlauer wir holen uns ein auto raketenauto raketenauto abgib weißt du am steuer und wieder überschlägt sich alles nur die bleiche auch gott voll albino hier oder was wir sind beim zu ich glaube man sollte hier nicht hin erst mal hier schön mitnehmen ich hole schon mal einen aufzug her hallo ich habe nachgedacht jetzt wo ich frei bin von ihm sieht die zukunft so hell aus ein neues leben verlangt einen neuen namen felicity das bedeutet weg verarbeitet und verstanden felicity 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 soo zugfahren geh wir doch aus dem weg du hässliche schneekugel zu ich will knopf ich rufe den zug achten zug fährt ein oh oh ich steh mich hier oben drauf das sieht richtig aus oh oh gegner oh oh wo ist denn der zug die machen lustige geräusche heile brutaler ich hoffe der zug fährt nicht hier lang hier sind nämlich die gleise ein bisschen kaputt aber erst kommt erfahrung pass auf ah lol pass auf ich fahr mit dem zug hey alles einsteigen weiß ob ich nach vorne muss als ob wir da einsteigen müssen titan oh 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 er muss skil er muss ich gar nicht er muss skil er schlafen wir also die supercoole roboterarmee ehrlich gesagt ich bin etwas enttäuscht er soll so cool aus oh iiih Jeremiah Weg da, ist ja ekelhaft. Bäh! 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 Stecken würde. TORKS! Ah! Warum? TORKS! TORKS! Ich bin tot. Jetzt reicht's. Echt mal. Jetzt reicht's. Ist klar. Äh, such mal ne Konsole. Ich weiß, wo die ist. Ich auch. Ich will. Ich will. Ich hab. Ich will. Tada! Noch mehr Krabzeug. Hahaha. Warte an der falschen Tür. Oh oh! Ich, äh, sammle hier auf fürs Mondstein. Und ein Vieh, das irgendwie nicht sterben möchte. Ach komm, dann hat die kleinen Bieste so viel aushalten können. Haha. Bitte. Die kleinen Bieste sind voll nervig. Man! Ich such. Diese dreckigen kleinen Kabelkauer sind überall. Ich such. Ich hasse sie. Außerdem scheinen sich Scaps hier eingenistet zu haben. Oh, wieso ist denn hier alle voll Blut? Sie sind mir einen Konsolensteckplatz, damit ich sehen kann, was vor uns liegt. Und kill unterwegs ein paar von diesen Viechern. Wir killen alle. Wir sind ekelhaft. Erfahrung! Ich hatte ganz vergessen, wie viel Spaß es machen kann, neue Systeme zu erkunden. Also, hinter diesem Gebäude liegt der Stingray-Fabrikkomplex. Und dahinter die... Ah, 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 ah! Die unten tut's irgendwie weh, was ist das? ...bringe ich uns vorbei. An etwaigen Dummköpfen bringst du uns vorbei. Okay. Mitgemacht, äh, wie auch immer du jetzt noch mal hießt. Fessi-Betsi-Botsi? Irgendwas mit F. Noch eine blockierte Tür. Was? Felicity! Felicity! Du hinter diesen hässlichen Leute. Na, halt auf mir ins Team zu schreiben. Angeblich hört man das. Also bei mir nicht. Ich hab das da rausgestellt. Du warst darin nicht besonders fähig. Ja, auf damit! Au! Mann, wo kommt die denn alle her? Ich denke immer, die sind alle tot und dann ist wieder ein neuer Haufen da. Ich mach alle tot. Jetzt reicht's mir hier. Ich mach alle tot. Ach, ich hab keine Muni, hoffe. Äh. Geht das schon wieder los? Los, Wolf! Tu was! Ich werd Kammerjäger. Äh, ich bin doch schon Kammerjäger. Einfach aber effektiv! Richtig! Nein! Ich hab Mist gebaut! Okay, hab's wieder repariert. Au! 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 Ich wollte nicht den Raketenwerfer. Aua! Diese blöden Mistviecher! Ich... Ich... Ich hab Schmerzen und ich hab Angst. Was ist denn mit Raketen? So sagen wir auch. Schau ich drauf! Da hier ist sowas Grünes! Hier ist Sauerstoff für dich. Dankeschön! Oh, die kommen aus dem Müll raus! Ja. Ich verschaff dir den Tügel. Das macht der Onkel Isaac schon. Ey. Ja, also... Die Türen schließen. Mann, wieso habe ich keinen... Oh, oh! Oh, das sind starke Geschütze. Oh, das sind richtig starke Geschütze. Oh. Ah, gut. Mondstein! Ich liebe das, wenn dein Ding ins Musik macht. Ist das nicht gut? Du hast alles nach Planen mit der Roboterarmee? Super. Dann also bis bald. Der ist hässlich wie du. Der hat ne fucking Kanone aufm Buckel! Stürb! Stürb! Echt mal, Stürb! Mondstein! Eh! Wo ist denn der Ding? dass ich aktivieren kann, benutzen wir eben das. Äh, wo ist denn die denn hier? Achst da. Chefs dort aufgestellt, die heimlich nach Concordia rein und wieder raus wollen. Ach so, was macht man doch nicht. Echt mal? Äh. Aha! Geronimo! Ja, Peter, ja. Oh, Mann. Anscheinend haben Scavs primitive elektrische Felder errichtet, um Trox fernzuhalten. Folge dem Kabel. Mal sehen, ob wir es deaktivieren können. Hab ich's doch schon oder nicht? Ich hab hier drin auf den Kasten geschossen. Ach, darf man den erst jetzt kaputt machen, oder was? Das war ein Hebel. Hä? Ach, loooool! Och, nee, nicht schon wieder. Kleine Gittis? Ja. Kleine Gittis? Kleine Gittis. Los, Wolken! Ich kann mich nicht hoch genug springen. Ich kann mich nicht hoch genug springen. Blöde Dinger. Diese Kabel müssen an einem Hauptsicherungskasten angeschlossen sein. Folge ihnen. Sie zeigen uns, wo es rausgeht. Weiß. Waffenkiest? Waffenkiest? Gib mir Scheiße, ich hab noch nicht genug. Ey, die ist gar nicht mal schlecht. Wo ist meine Laserwaffe? Äh, hier. Die ist besser. Hab ne neue Laserwaffe. Wer freut sich? Peter. Wer noch? Da ist der Hauptsicherungskasten. Wird er der aktiviert? Dann nicht. Den Wolf. Allerdings werden dadurch wohl auch alle anderen Fälle abgeschaltet. Oh, lol. Also, Vorsicht vor Torx. Okay. Warte, ich will zurück, unten ist das Ding geschehen, die es dort zu gehen. Ja. Was ist das? Achso, da kommen die Talks raus. Okay, ne Moment. Bin zu blöd zum Treffen. Ah. Geht's weg. Naja. 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 Die Dinger können an der Decke krabbeln. Hey, guck mal, hier ist ein Skin für dich, den hab ich schon. Ehh. 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 Wo? Hier ist ein Skin für dich, den hab ich schon. Mond Buggy Skinny Skin. Mond Buggy Skinny Skin. Hallo, Spucker. Den, 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 den. Och, könnt ihr aufhören aus dem Boden zu kommen? Das ist voll unfair. Ehh. Irgendwo hier unten ist doch schon wieder so eine hässliche Pratze. Na, wer bist du denn? Ehh. Guck mal. Ehh. 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 Aufs F луч. Schon warst hier vielleicht mit Anführerin einer Scaref-Bande ..trotzdem fand ich diesen ekligen Ausschuss der Menschheit immer complètement mühgerlich. Jeder gekillte Scaref macht das Universum zu einem saubereren Ort. W conten um hier. ich hab mich aufs maul gelegt du brennst ich brenne nicht ich bin tot und der klaut mir alle kills nein braucht deine Hilfe nicht Spaten hey hey what did you think hey 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 Aua Aua Minion Trap Ich bin überfordert ja mach die Tür wieder auf oh ah ah meinen ich die müssen da hoch wo die raus kommen Aua Aua ja Mann ey Er schießt schon wieder. Ey, wie oft waren die denn das jetzt? Das nervt ja. Dieses Ding nervt wahnsinnig. Ja, sag ich ja. Du hast unseren Riesenlaser erobert. Kriegst du Fleißbildchen? Hallo? Hilfe? Ich werde im Hauptkontrollraum festgehalten. Er liegt genau vor dir. Meinst du, du könntest mich nur ja retten? Die verdammten Scaps fressen mich, wenn sie merken, dass ich nicht das bin, was ich vorgebe. Okay. Au. Eigentlich hab ich da keine Lust drauf. Eigentlich müssen wir auch aufhören. Ja, ne? Eigentlich schon. Eigentlich irgendwie schon, ja. Kann man hier speichern? Guck mal. Ach, haben wir schon. Gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal noch. Macht's gut. Bis zum Arsch. Was? Bis. Ne. Okay. Guck mal. Guck mal. Guck mal.